Wahnsinn, oder? Wir haben den 11. Level erreicht und ich habe insgesamt 80 Versuche übrig. Das ist doch abgefahren. Nee, ich habe schon wieder denselben Fehler gemacht. Wir haben nicht den 11. Level, sondern den 12. Level schon erreicht. Also entweder waren die letzten Level wirklich sehr easy oder ich habe tatsächlich einige Fortschritte gemacht. Aber gut, ich meine mittlerweile sollte dieser Part der 79. Part sein. Also wenn man sich irgendwann nach 50, 60 Parts immer noch nicht verbessert hat, dann muss man halt gucken, was man so gemacht hat. Och nö, ne? Ah, wartet mal Yoshi. Genau. Ah, seht ihr, wie cool das ist? Ich muss erst mal sprachlich klarkommen und ich komme hier nicht mal raus. Okay, gut. Gut. Also wir wissen auf jeden Fall, was hier einmal zu tun ist. Wir dürfen hier nicht auf die linke Seite gehen. Ach ja, ich sollte kurz nochmal das von eben nochmal zu Ende bringen. Ich freue mich irgendwie, dass ich einige Fortschritte gemacht habe. Aber ich sollte das jetzt natürlich nicht übertreiben, weil genau jetzt könnte ich auf einmal übertrieben failen und alle Versuche verlieren. Ja, je nachdem, was man für ein Zocker ist. Nimmt man die Parts einfach nur auf, um Parts aufzunehmen? Oder will man schon gute Parts aufnehmen und sich auch stetig verbessern? Nein, verdammt, lass mich in Ruhe. Und dementsprechend kann man sich verbessern oder nicht? Ey, das ist nicht einfach. Genau, weg mit den Trampolinen. Weg, 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 weg. Ey, was soll denn das? Ich komme auf diesen Level gerade überhaupt nicht da. Okay, wie wäre es, wenn ich diesen Block beriere? Nein, oh, cool. Wartet mal, ich glaube, die Trampoline schmeiße ich weg. Ja, das ist das Problem. Verdammt. Ja, Leute, also ich nehme alles zurück, was ich in den ersten Minuten versucht hatte zu sagen. Ich nehme alles zurück. Was für Fortschritte. Jetzt kommen die mega schwierigen Leveln. Obwohl wir uns nicht im sehr schwierigen Modus befinden. Aber gut, hier kommen wir ja klar. Wir müssen hier einmal nur mit Yoshi stehen bleiben. Dann müssen wir uns auf ganz entspannt von der Kreise getreffen lassen. So können wir wieder in der unsichtbaren Form auf Yoshi reiten, ohne uns irgendwie auf blöd treffen zu lassen. Was ist jetzt hier zu tun? Ach so. Ach was. Hä? Hä? Nein, nein, P-Schalter. Nein, P-Schalter bleibt. Ja, aber... Ach so. Okay. Ja, aber wir müssen den P-Schalter betätigen. Das hätte ich anders machen müssen. Ja, okay. Gut. Neustart. Ich wollte schon fast auf Skippen drücken. Aber das müssen wir nicht. Ich meine, wir können uns ein wenig austoben. Ich meine, wir können uns das jetzt leisten, weil wir genügend Versuche haben. Aber dennoch sollten wir hier nicht, ja, verschwenderisch unterwegs sein, ne? Wir haben hier noch den 12., den 13., den 14., den 15. und den 16. Level vor uns. Hör auf. Da will ich gar nicht hin. So den P-Schalter kann ich direkt aktivieren und dann rechts abbiegen. Wieso komme ich nicht mehr so durch? Genau, genau. Weiter, weiter, weiter. Komm schon. Komm, komm, komm. Oh, jawoll, ey. Das war knapp. Was war denn da los? Hä? Da ist eine weitere Tür. Wobei, das war ja die Tür, aus der wir gerade herausgekommen sind. Gut, was machen wir jetzt, Leute? Aha, Trampolin. Hm. Weiß nicht. Bin mir gerade nicht so sicher. Oh, hier ist auch ein Trampolin. Gut, ich dachte schon, ich komme hier nicht mehr zurück. Mhm. Ich frage mich gerade, ob es da unten wirklich weitergeht oder ob das eine trollige Angelegenheit war. Oh nein, 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 nein. Lass das Trampolin in Ruhe. Du, komm mal her. Hä? Wartet, man kann nicht hier auf dem Trampolin stehen. Eigentlich schon. Oh. Nein, das gibt's nicht. Nein. Ich will da rein. Ich will da rein. Hä? Hier sind ja überall versteckte Blöcke. Okay. Jawohl. Man muss sich echt gut konzentrieren. Ach was, hä? Das ist doch fake. Warum ist das C hier? Okay. Na ja, ich sag mal so, man kann ja auch davon ausgehen, dass das eine trollige Angelegenheit wird, die sich dann hinter der Tür befindet, weshalb man dann des Öfteren gerne einfach mal einfach mal an so einer Tür vorbeiläuft. Aber hier in diesem Falle war das die richtige Entscheidung, sich für diese Tür zu entscheiden. Ich gebe dem Level einen Stern, definitiv. Direkt auf Weiter drücken, denn wir wollen weitermachen. Du musst das auch annehmen wie you. Meine Gamepad. Und noch 4 Level. Uiuiuiui. 78. Fertesuche. Ich bin schon gespannt. Als ob ich da runterspringe. Als ob. Ja, egal. Super Mario World Grafik Stil. Heftig, wie er mich reingelegt hat. Oder wie sie mich reingelegt hat. Oh, nicht schlecht. Ich habe irgendwie so ein komisches Gefühl. Okay, okay, okay. Wenn ich hier panisch könnte, so könnte ich halt entziffern, was da steht. Als Überschrift. Dann könnte ich vielleicht von Anfang an etwas besser klarkommen. Auf diesem Level. Okay, direkt erstmal rechts abgebogen. Ich frage mich gerade, ob ich den P-Schalter mitnehmen sollte. Ah, okay. Hier ist ein Block. Muss ja auch sein. Wie soll man da denn da hochkommen? Ah, Mann, 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 Mann. Wisst ihr was? Diesmal schauen wir uns den oberen Bereich an. Der untere Bereich interessiert mich aber auch, um ehrlich zu sein. Mal gucken. Vielleicht geht es ja hier nicht allzu sehr weiter. Vielleicht kann man sich hier ein Power-Up holen. Ah, okay. Seht ihr? Das meinte ich. Hier gibt es einen Cut. Okay. Wieso das denn? Warum? Dieser Level war zu einfach. Wir sind umgeben vom Feen. Äh, das habe ich jetzt nicht begriffen. Okay. Ich meine, ich will jetzt nicht darüber meckern, dass ich gewonnen habe. Das ist doch der schwierige Modus, ne? Ich habe doch hoffentlich nicht den normalen Modus gepickt. Ey, nicht, dass ich aus Versehen den normalen Modus gepickt habe. Ne, das ist der schwierige Modus. Das erkennt man an dem Hintergrund und an der Melodie. Was steht da? Oh, Super Mario Bros. Der erste Level. Mal gucken, ob das auch wirklich der Fall ist. Naja, sieht ein bisschen so aus. Ja, doch. Doch, doch. Cool, wir wurden gleich zu Beginn getreut. Gefällt mir. Kann man hier rein? Da kommt kein Steinblock. Hier kommt aber ein Steinblock. Von da auch? Oh, Piranha Pflanzen. Ah, ich wollte schon sagen. Gibt es hier überhaupt Power-Ups? Weil vielleicht ist ja die Challenge hier in diesem Level, dass man umgeben ist von ungeahnten Gegnern. Und plus, es gibt hier keine Power-Ups. Ne, ich habe das so gefühlt. Aber nein, ich wollte unbedingt gucken, was Sache ist. Ja, ich muss so geben, dass ich jetzt im Gegensatz zu den letzten beiden Parts ziemlich locker hier unterwegs bin, weshalb ich plötzlich so die Versuche auf ganz blöd verliere, ne? Ich glaube, ich sollte nicht allzu sehr locker machen. Was gibt es hier? Ein Gegner oder eine Münze? Eine Münze. Wir brauchen noch drei Münzen. Ja, okay. Ich hoffe, dass wir die Münzen kriegen können. Ja, gut. Nein, nicht da. Aber gut, hier ist eine Münze. Ist hier noch eine weitere? Eine Münze wäre goldig. Oh, cool. Yeah, yeah. Oh, die Gombas. Ich versuche mal, die Gombas hier platt zu machen. Wobei, kriege ich das hin? Vielleicht. Ach, schade. Für einen One-Up hat es leider nicht mehr ausgereicht. Wieso ist das Ziel da? Hä? Ich begreife das nicht. Leute, ist das jetzt der schwierige Modus oder nicht? Oder ist hier ein Steinblock? Wie komme ich jetzt da durch? Oh, auf ganz entspannt. Wir gehen an dem Trampolin vorbei. So macht man das. Hammermäßig, ey. Dann können wir direkt... ...einen weiteren Level in Anspruch nehmen. Ich meine, zeitlich kriegen wir das locker hin. Wir haben jetzt erst 10 Minuten erreicht. Okay, weiter, 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 weiter. Ich sage mal so, wenn ich jetzt diesen Level in den nächsten Minuten beenden kann, dann können wir uns sogar den letzten Level vielleicht noch einmal anschauen. Und somit könnten wir dann mit der Challenge abschließen. Hm, ist das vielleicht zu spät jetzt? Oh, ich glaube, wir müssen hier spinnen. Am besten springen wir auf den Kopf von Gomba, damit wir erstmal... ...weiter nach oben kommen. Guck mal. Mal gucken, ob das geht. Ja, genau. Ah. Hm. Das wird ein bisschen tricky, Leute. Das wird ein bisschen tricky. Ich gebe auf jeden Fall diesem Level einige Versuche. Schade, hier gibt es keinen Pilz, oder? Hä? Warum ist denn da ein Block? Oder muss ich vielleicht auf die rechte Seite springen? Ich meine, ich muss auf jeden Fall auf der rechten Seite sein, aber... Hm. Nein, so war das jetzt auch nicht gemeint. Ach, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich springe diesmal auf die linke Seite, damit ich mich hier an der Wand befinden kann für eine kurze Zeit. Ne? So kann man das vielleicht machen, um ein bisschen Zeit zu sparen. Aber ich muss dann wiederum einen ganz leichten Jump tätigen. Damit ich nicht direkt auf den Mampfern lande. Ah, Mist, Mist, Mist. Ich brauche noch ein bisschen. Ich gebe dem Level auf jeden Fall noch so um die 5, 6 Versuche. Ansonsten lassen wir das bei. Sonst wird sowas viel zu langweilig. Nein. Ach, man kann da rüber. Ja, sag das doch gleich. Da kann man ja rüber. Da kann man ja rüber. Ah, okay. Also der schwierige Part an diesem Level ist definitiv, das einmal herauszufinden. Weil ich dachte, ich muss jetzt irgendwie auf die linke Seite springen. Die Wand berühren. Bisschen warten. Einen leichten Jump auf die rechte Seite tätigen. Und dann die ganze Zeit spin, spin, spin. Irgendwann sind die Mampfer unten. So kann ich den unteren Bereich erreichen. Aber nein. Krass, ich dachte, ich werde noch zwei Parts brauchen. Aber wisst ihr was, Leute? Wir haben gerade mal 12 Minuten erreicht. Oder sind etwas da drüber. Ohne Witz, wir können uns den letzten Level jetzt antun. Auch wenn ich jetzt 10, 13 Minuten brauchen sollte, wäre das nicht so schlimm. Weil dann sind wir bei 20 bis 25 Minuten. Was eigentlich passt. Ich würde mal behaupten, in der heutigen Zeit Standard ist für ein Let's Play. Oh yeah, nice. Sehr schön. Die Felder sehen auch nice aus. Jetzt bin ich auf den Grafikstil gespannt. Die Tür erinnert mich gerade irgendwie an ein Zelda-Spiel. Komm, komm, komm. 68 Versuche. Okay. Was? Ich habe es gleich beim ersten Mal geschafft. Ja, nice, Leute. Das war's. Ich meine, die letzte Challenge, die ist sowas von Game Over gewesen. Also ich habe da sowas von verloren. Aber diese Challenge konnten wir erfolgreich abschließen. Ja, wir geben den Level kurz einen Stern. Solche Level machen auch Spaß. Außerdem habe ich Respekt vor sowas. Ich meine, einen eigenen Level erstellen und diesen Level dann in die weite Welt hinaus verschicken. Damit Spieler diesen Leveln, äh, diesen Leveln, äh, diesen Leveln, nee, diese Leveln kosten können. Genau. Ich bin gerade zu euphorisch. Sorry für die Versprecher. Prinzessin Peach, Prinzessin Peach. It's me. Mario, danke, dass du so einen weiten Weg für mich auf dich genommen hast. Ich liebe dich. Das war ich nicht. Das war Peach. Das war ich nicht. Hey, Leute. Hey, bleibt ruhig, ja? Bitte. Level Design. La, 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 la. Temple Valley. Waimu. Unnivelle Principiante. Selvin. Du, 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 du. Arigato. Flappy Mario. Mario Sonic. Du, 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 der. Fabi. Poder Automatic. Und so weiter und so fort. 16 Leveln. War auf jeden Fall sehr spaßig. Jetzt bin ich auf das Kostüm gespannt, Leute. Ja, ich meine, dass wir Prinzessin Peach befreit haben, ist auch eine sehr, sehr schöne Aktion. Aber wen haben wir denn hier? Game and Watch. Mr. Game and Watch. Ach, der Kollege. Hammermäßig. Dich gibt es hier in den Super Mario Maker als Kostüm. Very well, very well, very well. Okay. So, Leute. Dann können wir uns ja jetzt schon mal auf den nächsten Part vorbereiten. Schaut euch das mal bitte an. Die 100 Mario Herausforderung werden wir uns auf jeden Fall noch einige Male antun. Level suchen. Ach, diese Funktion haben wir uns schon komplett angeschaut. Klar. Aber ich denke, dass wir uns diese Funktion noch einige Male anschauen werden, weil hier auch verschiedene Schwierigkeitsgrade sich befinden. So, Baumeister suchen. Genau. Baumeister suchen. Mit dieser Funktion geht es dann im nächsten Part weiter. Was diese Funktion so auf sich hat, das schauen wir uns in aller Ruhe im nächsten Part an. Danke, dass ihr eingeschaltet habt, Leute. Jetzt habe ich wieder Freiraum für eure Level. Wenn ihr mögt, könnt ihr mir gerne eure Level-Code zusenden. Und ich werde irgendwann in den nächsten Parts dann ein separates Video diesbezüglich aufnehmen. Und in diesem Video werde ich dann nur eure Level zocken. Danke fürs Einschalten, Leute. Und bis zum nächsten Part. Tschüssi. Tschüssi.